Musik Wir haben grosses Vorhaben bei uns im Manor Warenhaus in Basel. Wir wechseln in einem Wochenende alle 12 Rolltreppen aus. Musik Für ein so grosses Bauvorhaben sind wir froh und glücklich darüber, dass wir die Firma Schindler und ihre Kompetenz bei uns im Haus als Partner haben. Neben der Firma Schindler sind weitere unzählige Baufirmen involviert. Hier setzt Manor grossen Wert auf die lokale Verankerung, wo wir unsere Partner auswählen. Wir investieren weiterhin in unsere Warenhäuser und vor allem auch in den Standort Basel. Musik Die grösste Herausforderung war natürlich, dass man sich koordinieren und zwar nicht nur über uns, sondern auch über die anderen Gewerkschaften. Also Maurer, Sanitär, Elektriker, Sprenkelmondeuren, Ladenbauer. Das hat alles im Chassis, im Teich, also alles koordiniert sein. Und wir hatten natürlich den Zeithorizont Samstagabend bis Dienstagmorgen. Musik 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 Dann natürlich die Entsorgung, weil das Problem ist natürlich, wo man die 12 Fahrtreppen hinfährt. Und den Pneukranen da draussen konnten wir auch aufstellen, das war ein 70 Tonner Pneukranen. Und dann konnten wir das alles mit dem Just-in-Time koordinieren, mit dem Wegfahren und Herfahren. Denn mit Aufzüge und alles haben wir so 200 Tonnen Materialstahl, Aluminium und Glasschub bewegt. Ich glaube, zentral bei den neuen Fahrtreppen ist die Energieeffizienz. Also wir haben heutzutage bis zu 40% weniger Energie, die wir brauchen. Durch die neue Antriebstechnologie mit Stop & Go oder mit Schleichfahrten. Gleichzeitig haben wir auch LED-Beleuchtungen, die wesentlich energieeffizienter sind als früher. Und spannend ist natürlich auch das Gesundheitsbewusstsein. Man kann sich vorstellen, durch die ganze Situation in den letzten 2 Jahren hat das natürlich dazu geführt, dass auch unsere Kunden viel gesundheitsbewusster sind. Und da kommen wir mit unserer Handlaufdesinfektion, wo wir regelmässig die Handläufe von Viren und Bakterien befreien, etwas dazu beitragen, dass sich die Kunden sicherer fühlen, wenn sie unsere Fahrtreppen benutzen können. Und als letztes kann man auch sagen, die heutigen Fahrtreppen kommunizieren mit uns. Und sagen uns eigentlich, wenn es Situationen gibt, wo wir proaktiv auf Platz gehen dürfen, bevor eine eventuelle Störung auftreten würde. Und das hilft uns natürlich, bevor überhaupt der Kunde irgendetwas merken würde, sind wir da und schauen, dass die Fahrtreppen einwandfrei funktionieren. Das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, die Kundenanfragen für diese Thematik nimmt natürlich zu. Weil wie du sagst, die Kunden möchten natürlich ausserhalb von ihren Betriebszeiten solche Arbeiten ausgeführt haben. Und das ist ja immer eine Challenge für uns. Aber ich glaube, gerade mit dieser grossen Mannschaft, die wir haben, innerhalb der Schindler-Familie, können wir so viele Leute ins Boot holen, die gerne helfen am Wochenende, solche Projekte umzusetzen. Dass wir bereit sind, genau für weitere solche Anfragen. Manor, als die grösste Warenhausbetrieberin der Schweiz, setzt sich täglich ein für das Einkaufserlebnis. Es soll einzigartig und unvergesslich sein. Und da sind Rolltreppen ein wichtiges Element. Dank der neuen Rolltreppen haben wir ganz energieeffiziente Rolltreppen im Haus. Wir sind bis zu 40% ressourcenschonender mit den neuen Geräten. Wir sind noch sicherer unterwegs. Und wir haben als Neuheit auch einen automatisch desinfizierenden Handlauf, der sich auch für noch hygienischer macht. Haben wir euch neugierig gemacht? Also, nichts geht los. Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns im Manuel Warenhaus in Basel. Bis bald! Bis bald! Bis bald! ... ... Das war's für heute.